I'll try my best. Blick. Und viele dänische Nationalspieler, auch als finnische Nationalspieler dabei. Kali Bula Rouge ist nicht dabei, aber ansonsten wirklich klangvolle Namen, vor allem auch bei Spartak Moskau. Wir werden von Anfang an erleben, Serna Taschi, er hat gesagt, liegt Wert darauf, dass er Taschi heißt, nicht Taski, haben wir irgendwie immer falsch gemacht. Lukas Barrios, ich sehe schon einige Dortmund-Fans hier, Lukas Barrios ist dabei, sitzt vorher auf der Bank. Wir schauen also mal auf die Aufstellung unserer Gäste von Spartak Moskau. Da steht im Tor mit der Nummer 32, Artam Reddog. Die 35, 14-fache deutsche Nationalspieler, Serna Taschi. Die 33, der Spieler mit dem höchsten Markt bei Spartak Moskau. Ein italienischer U21-Spieler, ehemaliger Salvatore Bocchetti. Dann die Nummer 2, Juan Insuralde. Die 20, früher bei Hertha BSC Berlin, ehemaliger Nachwuchs-Nationalspieler Patrick Ebert vom Staat mit dabei. Die Nummer 15 bei Spartak Moskau. Ein Brasilianer, Romulo. Die 5, ein Argentinier, Dino Costa. Die Nummer 14, Pavel Jakovle. Die 69, klangvoller Name, Dennis Davido. Die Nummer 19, Kettbewerd vom FC Schalke 04 noch, Jose Manuel Guerrado. Und die Nummer 90, Artam Füber. Ansonsten eben auch mit dabei, Lukas Barrios sitzt noch auf der Bank. Mehr zur Aufstellung von Spartak Moskau. Dann gleich Blick auf die Aufstellung von Brönby IF. Da steht im Tor der finnische Nationaltorhüter, nämlich Lukas Radetzki. Die Nummer 5, Martin Orbrecht. Die 6, Martin Börzko. Die 7, Nationalspieler in Dänemark, Thomas Kerlenberg. Die 8, Alexander Szymanowski. Die 9, ein ganz bekannter Nationalspieler in Dänemark, sollte man auf dem Schirm haben. Die Nummer 9, gleich hier auf dem Platz, Simon Makinov Christophers. Die Nummer 10, ein Argentinier, Ariel Nunez. Die 12, Frederik Holst. Die 17, Risa Dürmisi. Die 19, Christian Norgang. Und die 20, Dario Dumic. Coach Thomas Frank bei Brönby IF. Der Coach von Spartak Moskau, auch allerbestens bekannt. War als Spieler Profi beim VfB Stuttgart in Kaiserslautern. Schweizer Nationalspieler. Zuletzt in Basel hat er die Meisterschaft geholt. Jetzt ist er bei Spartak Moskau. Bitte Applaus, meine Damen und Herren. Bitte, erheben Sie sich vielleicht sogar. Applaus für zwei internationale Topteams. Insgesamt 31 Mal Meister. Hier kommen Spartak Moskau und Brönby IF. Hier kommen viele zum Baur. Richtig! Ja! réglingeсь! ropse Centrum истin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schau raus, schau raus. 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 Schau raus, schau raus, schau raus. Schau, schau raus. Schau raus. Schau raus. Schau referendum. Vielen Dank. Super! 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 Hebe, hebe, hebe! Hebe! Ganote! Cabido! Hör! 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 Komm! 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 Samu! Samu, wir haben 5. We are finished. Elina! 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 Ebi, Ebi bleibt auf 4 Ebi! FRASCIL, FRASCIL! Fino! One, one! Salva! Lade, zade! Ja, Salva, ja, Salva! Ja, Salva! Hey, hey! Serda, Serda, Serda! Serda! Certo! Vamo! 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 Roma, Roma, Roma! Go! 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 Salva, Salva, Salva! 1 Tino, ihr seid so lange, wir gehen die ganze Zeit. Wir gehen die ganze Zeit. Tic, Tino, Tino. Tic, Tino, Tic, Tino. Tic, Tino, Tic. Tic, Tino, Tic. Tic, Tino, Tic, Tic. Tic, 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 Tic. Tic, 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 Tic. Tic, Tic, Tic. Tic, 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 Tic. Roma, Roma, Roma. Okay, okay. Stay tuned. Tic, Tic, Tic. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zabitok, Zabitok, Zabitok 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 Vielen Dank. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Bo�, hey. Hey, hey, hey. Vielen Dank. 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 ... 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Organisieren! Komm! Højre op, Hols! Højre op! Højre op, Hols! Komm! 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 Komm alle in! 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 Bravo! Quincy, Alex! Quincy! Yes. Get up, Alex! Get up! Silva! In! Quincy! Quincy! You have to look for the short corner. Closer! Closer, Quincy! A little closer! A little closer! Okay, Quincy, okay! Closer! Have caldé, Alex! Have caldé! Uh, but it's... Hey, hey, hey! Do it! Da, da, da! Da, da, da! Da, da, da! Da, da, da! Kom, Giri, kom, Giri! Kom, kom, kom! Hallo, Giri, hallo! Hæll, hallo! Holt! Hvis I presser nede i hjertet nu, kig efter Simon, ik? Der kann ich sparte, der kann ich farte nur an, kig efter Simon! Der kann ich sparte, der kann ich nur an, kig efter Simon! Komm, wir sehen! Simon! Simon! Wir sind hier Simon! Ja, hello! Simon! Simon, Simon, Simon! Kom, kom, kom! Kom, kom! Kom, kom! 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 Kom, kom! Komm, komm, komm! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Daniel, Daniel, Daniel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Thank you. No. 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 Okay. No. 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 Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. Draco, may he fell it off and see you. May he fell it off and see you. Draco, may he fell it off and see you. Thank you. Draco, may he fell it off and see you. Draco, may he fell it off and see you. helt annoyed. Draco, may he fell it off and see you. Thank you. Gracias, holidays. Wir haben die Fahrtnummer ausgewechselt, zum Platz gegangen. Die Nummer 5, Martin Albrecht, und die Nummer 9, dänischer Nationalspieler, sehr bekannt, Simon Eckenhock-Christopherson. Neu im Spiel ist die Nummer 2, ein Schwede, Michael Hellenbeck, die Nummer 18, Jiri Leboge. Leber aus, Krenz, klatsch, 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 klatsch. Das war's, das war's. Ja, sichern, sichern. Komm da, da, da. Kunt, Kunt. 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 Kuntari. Oh! No, no. Resta, izquierda, izquierda. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Alex, down and in Alex, yes! Alex, down and in Alex, down and in Alex, down and in Alex. Hey! Referee, F! white ra кого ja 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 ok den haben wir 13-19min Brutby wechselt gleich vor Platz gegen Sie Nummer 10, Arie Junies, Argentinier. Und die Nummer 8, Alexander Szymanowski. Neu im Spiel die 35 Nikolai Lausen und die 36 Riesen Kornow. Und die Nummer 10, Alexander Szymanowski. 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 Spakone, siehre, spakone, spakone. Ovo, ovo, ovo. Ovo, ovo, ovo. Godt, da. Ovo, ovo. No, no! Okay, le transport. Kom op, nej! Le transport. Tappen, tappen, tappen. You're coins. Take your coins to the back. Come on. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein erster Schritt für die Zukunft. Da ist einiges zu erwarten, was Testspiele angeht. Verräumen wir uns darum. Danke für alle, die das wirklich gemacht haben. Und es geht gegen Wackerburghausen. Ein paar Tage später, dann am 15. Juli, Heimspiel gegen den FC Valencia. Die Spielvereinigung, die Oldstadt gegen Valencia hier im Stadion und schließlich dann am 19. schon wieder ein Heimspiel hier gegen den TSV Buchbach. Karten dafür gibt es ab Mitte nächster Woche im Vorverkauf. Alle Infos dazu auf der Homepage www.spvgg-bayreuth.de beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite spvgg-bayreuth von 1921. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bitte gefällt mir. Klicken. Das wäre sehr nett. Ihnen noch einen schönen Samstag. Samstag! Samstag! Samstag!